Hallo Welt, da sind wir wieder. Ich dachte wir wären hier mitten auf so einer Helium-3-Ader gelandet, sind wir aber gar nicht. Ah, wer hätte das gedacht? Ah, kein Helium-3 hier zu sehen, weit und breit. Wo ist denn der zivile Außenposten? Schiffslandeplatz. Ja, da brauchen wir jetzt etwas Geduld. Oder wir legen eben die Sachen weg, wenn wir wissen, dass wir hier so weit rumlaufen müssen und erstmal suchen müssen nach Helium. Nicht, dass... Naja, 81 Grad minus. Da gibt's doch bestimmt auch Schlimmeres. Das da sieht mir beinahe aus wie ein ziviler Außenposten. Boah, da können wir doch mal gucken. Auf dem Landeplatz scheint sogar irgendwie ein Schiff zu stehen oder was? Also ich weiß nicht, warum wir ausgerechnet diesen Skill machen wollten heute. Ich hab nicht so wirklich nachgedacht, aber ich hab nicht nachgeguckt. Ich dachte so, ja, wenn das Ding mit dem Außenposten ist, dass wir da bessere Außenpostenteile bauen können, ja, dann machen wir das. Und da hab ich nicht weiter geguckt, was so die Belohnung ist. Also dachte ich, das wär das. Äh, was können wir als nächstes ja mehr Roboter bauen? Ja, aber das brauchen wir dann nicht. Ja, da steht ein Schiff. Gebäude. Oh, aber den zivilen Außenposten haben wir irgendwie nicht gesehen jetzt. Was sagt denn die Karte? Schiffslandeplatz. Gebäude. Oh, sind wir etwa viel zu viel zu viel zu weit weggelandet davon? Wie wär's denn, wenn wir direkt bei dem Außenposten landen? Bevor wir jetzt hier so eine Exkursion machen, in diesem Tempo. Das war cool, hier sind überall Gebäude um uns herum. Ja, aber hier ist auch nirgendwo Helium 3 zum Abbauen. Kein Helium 3, nirgendwo hier. Schön hell ist das aber. Oh nein. Ist vor dem Aufbruch noch Zeit für ein Linker hier? Doch, du kannst schlafen, wenn du hier irgendwo ein Bett findest. Ach, Marika. Amelia. Also. M, 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 M. Boah, ja toll. Was haben wir uns denn da dabei gedacht? Ups. Äh, wo ist denn der zivile Außenposten hin jetzt? Okay. Ach, da war gar nichts, oder? Beim zivilen Außenposten ist weder Helium noch sonst irgendwas zum Abbauen. Beginne Landezyklus. Captain, freut mich, Sie zu sehen. Ja, mich doch auch. Zivile Außenposten. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber, wenn wir jetzt die Karte aufrufen. Über M. Oder, ja, so. Hm. Dann ist hier leider gar nichts zu holen. Peryllium und Aluminium. Wieder Aluminium. Nur Aluminium. Sollen wir Beryllium noch liefern lassen? Wofür brauchen wir Beryllium nochmal? Was war denn das Beryllium? Ach, wir können das Baumenü jetzt nicht aufrufen. Ich wollte mal eben nachgucken, wofür wir Beryllium brauchen. Beryllium. Nee, wenn, dann brauchen wir Helium. Wenn es hier kein Helium gibt, dann müssen wir halt nochmal woanders parken. Landen. Hörst du meine Hilfe bei irgendetwas? Such mal Helium 3 hier auch. Hoppla. Ja, von daher war der letzte Platz schon gar nicht so schlecht. Krater. 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 Alles Krater. Am Pol direkt. Wieder kalt. Krater. Ach, dann eben mitten rein hier. Da hinreißen. Alles zur Landung bereit. Los, raus hier. Einmal die Beine vertreten. Hi. Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mein Versuch eines informellem Russes ist hier geschehen. Oh gut, hier haben wir gleich. Aluminium, Beryllium und Telium 3. Das ist ja cool. Oh, was will man mehr? Helium 3-Extraktor. Helium 3-Extraktor. Gut. So. Dann Energie. Energie. Hier, 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 dafür. Ja, Sonne gibt es hier. 4 Energie macht es. Wind geht gar nicht. Ah, dann wird es uns auch gar nicht angezeigt. Das ist ja interessant. Okay, also geht nur mit Solaha. jetzt haben wir Solaha haben wir jetzt 8. Das sollte reichen, oder? Dann brauchen wir ein Lager dafür. Was machen wir? Helium ab. Gaslager. Ich hoffe mal, dass es so geht hier. Dann brauchen wir schon den Link. Frachtlink. Oh, das können wir ja diesmal sogar so bauen. Nee. Doch lieber so. Vielleicht auf diese Seite. Ja. Moment, Lager. Wir haben es geschafft. Ja, schön. Und dann brauchen wir ein Lager für... Nochmal für Flüssigkeiten. Kein Aluminium mehr. War gut, dass wir das wenigstens geschafft haben. Dann Außenposten. Das hat aber ganz knapp jetzt nur geklappt. Außenposten. Geht ja nur Militär jetzt. Wohnmodul Militär. Ja. 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 So, Luftschleuse dran. Wo geht die überall dran? Vorne auch. Da, wo die Fenster sind. Aber wie rum ist das dann unten, wenn die da ist? Keine Ahnung, ist das richtig. Müssen wir ausprobieren. Aber dann ergibt das ja mit den Fenstern wieder keinen Sinn. Ich sehe, die Fenster sind dann weg. So hätte man wenigstens schön Fenster. Okay, dann bauen wir das da hin. lieber auf die andere Seite. Oder? Ja. Sieht so aus, als könne man so besser einsteigen. Ja, so muss man einmal rumgehen. Also, ja. Auf diese Seite. So. Einmal Luftschleuse. Dann können wir jetzt, dachte ich, den Landeplatz hier aufbauen. Können wir aber gar nicht. Weil wir kein Material mehr haben. Dann Okay. Dann verbinden wir mal den Helium-3-Apparat. Ups. Helium-3 mit dem Lager. Ach, können wir nicht noch ein Lager bauen? Kein Aluminium mehr, oder? Ja, wahrscheinlich kein Aluminium. Kein Wolfram mehr. Ach, guck an. Ja, ups. Das wollte ich jetzt gar nicht. Nee. So. Ja, das muss nachher noch getrennt werden, wenn wir die Materialien haben. Und genau dahin. Und genau dahin. Achso, den können wir gleich rüberholen. Hier benötigen wir so ein bisschen Energie. Okay. Jetzt wird hoffentlich schon was hergestellt. So, jetzt können wir uns ranholen. Nickel, Alu und Eisen. Wir brauchen Aluminium. Verbindung wirklich herstellen? Joa, warum nicht? Abgehende Ressourcen. Helium-3. Oh, beeindruckend. So dicke Tanks. Oh, war heiß. Na, hat's dich angefahren? Über dich rüber. Gelandet einfach. Ja, aber wo ist denn das Zeug jetzt? Frachtlink eingehend. Ist jetzt vielleicht was drin. Dauert vielleicht immer eine Weile. Kann das sein? Fällt mir gerade ein, dass das in Pink Eos das Ding irgendwie kaputt ist? Weil ich sehe gerade, hier gucken ja gar nicht diese Stahlträger raus. In Pink Eos gucken hier irgendwie so Stahlträger aus dem Teil raus. Na, aber hier ist nichts drin. Dann hat der nur was abgeholt hier vielleicht. Ja, vielleicht. Dann hören wir mal auf damit. Verbindung entfernen. So. Vielleicht ist das Ding irgendwie kaputt gegangen. Ja, das kann ja sein. Eine Sache machen wir eben noch. Achso, ja, ein Bett aufstellen werden wir wohl noch können, oder? Äh, wenigstens einen Schlafsack können wir bauen. Futon. Ja. 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 Oh gut, dann bedanke ich mich für euer Zusammenhang. In dieser Folge haben wir den letzten Außenposten aufgebaut und fertig eingerichtet. Aluminium fehlt, aber sonst läuft das Ding scheinbar. Daumen hoch für euch macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.